1,1 Billionen Euro reichen der EU nicht. Wir müssen nachlegen, natürlich. Das ist wichtig, das ist richtig, wie man so schön sagt. Und wir sehen es hier bei der Tagesschau, wird die Nachricht so aufgebaut. EU-Kommission fordert mehr Geld von Mitgliedstaaten. 66 Milliarden Euro werden hier zusätzlich gefordert. So, und erst hier unten, im weiteren Absatz, im weiteren Verlauf heißt es dann, damals hatte man sich auf den gemeinsamen Finanzrahmen von 1,1 Billionen Euro für die Jahre 2021 bis 2027 geeinigt. Ich hatte damals auch darüber berichtet. Nun bittet die Kommission, die 27 Mitgliedstaaten um zusätzlich insgesamt 66 Milliarden Euro. Besser aufgemacht ist dieser Artikel meiner Meinung nach in der Bild, denn hier heißt es direkt im Titel 1,1 Billionen Euro reichen nicht. EU-Kommission will noch mehr Geld von uns. Und wie gesagt, hier geht es um die 66 Milliarden und wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass wir in Deutschland wieder einen großen Anteil an diesen 66 Milliarden von den 27 Ländern, die es alle zu zahlen haben, bezahlen werden. Warum? Weil wir das Geld haben. Weil wir so doof sind. Weil wir hier in der kompletten Abhängigkeit einfach stehen. Und wenn man sich überlegt, was das für ein Selbstbedienungsladen mit 32.000 Mitarbeitern geworden ist, dieses gesamte Bürokratiemonster EU, ist das eine bodenlose Frechheit. Denn wie es hier unten auch steht, Personalkosten der EU-Kommission explodieren im Jahr 2024. Der Etat für 2024, liegt der Bild nämlich vor, sieht sogar wieder prozentual zweistellige Mehrkosten für die Gehälter vor. 11,3 Prozent für das interne Personal, überwiegend Beamte. Und sogar 28,3 Prozent für die Kommissare. Ich glaube, die Frage, die wäre rhetorisch, die brauche ich an dieser Stelle nicht zu stellen, ob jemand von euch 28,3 Prozent mehr Gehalt im nächsten Jahr erwarten kann, respektive vielleicht auch nur 11,3 Prozent, um die Inflation auszugleichen. Und merkt ihr das eigentlich? Uns wird auf der einen Seite vorgegaukelt, wir hätten keine hohe Inflation, das ist alles in Ordnung, das ist ganz easy peasy. Aber auf der anderen Seite bekommen jetzt hier die zahlreichen, aber tausenden Mitarbeiter und Beamten in der EU 11,3 Prozent mehr. Warum denn? Damit Ruhe herrscht, damit sie ruhig bleiben, damit man sagen kann, ihr habt doch gar kein Problem, ihr bekommt ja mehr. Wisst ihr? Aber auf der anderen Seite wird uns weiß gemacht, wir haben ja gar nicht so eine hohe Inflation. Wer glaubt denn diese ganzen Ammenmärchen hier noch? Wir sind und bleiben einfach der Blöde und der Zahlemann dieses EU-Konstrukts, nennen wir es so. Schreibt eure Meinung rein, bis zum nächsten und ciao.